Hallo, mein Name ist Chris von NetApp. In den nächsten paar Minuten möchte ich Ihnen aufzeigen, was es mit unserer Mission der agilen Dateninfrastruktur auf sich hat und wie sie funktioniert. Sieht man sich heute Rechenzentren an, fällt die schiere Vielzahl an Anwendungen und Workloads auf, die es zu bewältigen gilt. Jede Applikation bringt dabei individuelle Anforderungen mit sich. So wird der Betrieb Ihrer Datenbanken primär nach Geschwindigkeit verlangen, während Sie für die File-Services eine wirtschaftliche Lösung anstreben. An anderer Stelle steht die Sicherheit der Daten oder eine schnelle Bereitstellung neuer Ressourcen an erster Stelle. Diese unterschiedlichen Anforderungen manifestieren sich in der Infrastruktur durch unterschiedliche Lösungen, die für die jeweilige Aufgabe spezialisiert sind. Gerade bei den Speichersystemen ist dies sehr ausgeprägt. Was passiert aber, wenn sich Business-Anforderungen ändern? Zum Beispiel, wenn ein Datenbank-Service schneller laufen soll. Leicht gesagt, aber die IT-Abteilung muss dazu diesen Service von einem System auf ein leistungsfähigeres migrieren. Routine, aber lästige Handarbeit aus vielen Arbeitsschritten, um sicherzustellen, dass keine Daten verloren gehen. Dies bedeutet oft Arbeit am Wochenende oder zu nächtlichen Zeiten, damit die Anwendung zur Hauptarbeitszeit verfügbar bleibt. Leider erleben wir immer schnellere Veränderungszyklen. Unsere Kunden klagen darüber, dass das Rechenzentrum zur Dauerbaustelle wird, um Änderungen am Unternehmensangebot, der Struktur oder an Technologien zeitnah umzusetzen. Die IT-Abteilung läuft den Anforderungen ständig hinterher und Wochenendarbeit wird zum Standard. Wichtige Evolutionsschritte und businessrelevante Dinge bleiben mangels Zeit oft liegen. Wie schön wäre dagegen eine IT-Landschaft, die wie ein Schiebregler funktioniert. Einfach nur die speicherrelevanten Parameter, Kapazität, Performance und Verfügbarkeit einstellen, fertig. Und das nicht generell für eine Maschine oder ein Speichersystem, sondern für jeden einzelnen IT-Service, jeweils individuelle Schieberegler. Die Ressourcen-Zuteilung für die verschiedenen Workloads läuft quasi unsichtbar im Hintergrund. Genau das ist unser Ziel mit unserer Agile Data Infrastructure. Der Trick? Unser Storage-Betriebssystem kann alle ihre Speichersysteme in einen Clusterverbund zusammenfassen. Dabei lassen sich sogar Systeme von Fremdherstellern integrieren. Somit wirkt das Gesamtsystem für Sie wie eine einzige riesige Festplatte, auf der man die Workloads einfach hin- und herschieben kann. Das Schöne daran, die vorhin genannten Eigenschaften bleiben erhalten. Ein Bereich dieser Festplatte ist besonders kostengünstig, der zweite besonders schnell, der dritte besonders sicher. Sobald sich also ein Service-Level verändern soll, ändern Sie mit wenigen Klicks die Parameter. Ein Automatismus führt die bisher langwierig von Hand gemachten Schritte im Hintergrund aus, ohne Downtime und für den Nutzer transparent, aber unter Ihrer vollen Kontrolle. Diese schnelle Anpassbarkeit wandelt Ihre IT vom Hemmschuh zum Businessbeschleuniger. Veränderungen sind nicht wie früher ein Problem, sondern tatsächlich Teil der Lösung. Wer so agiles IT-Werkzeug hat, kann schneller auf jegliche Veränderungen reagieren und treibt ein agileres Unternehmen voran. Die vielen Anforderungen lasten schon heute die meisten IT-Abteilungen aus. Wie wird das erst in der Zukunft? Mit NetApp und seinem Storage-Betriebssystem Data-On-Tap kein Problem. Da freut sich die IT-Abteilung sogar endlich wieder Zeit, für die wichtigen Dinge zu haben. Zukunftsvision? Nein, hinter all dem steckt unser Betriebssystem Data-On-Tap, das weltweit am häufigsten genutzte Storage-Betriebssystem. Seine Geburtsstunde war 1992. Seitdem fließen jährlich ca. 12% des NetApp-Umsatzes in die Weiterentwicklung unserer Produkte. Data-On-Tap läuft inzwischen auf mehreren hunderttausend Systemen weltweit und wird milliardenfach genutzt durch Mail-Postfächer, File-Shares, Datenbanken und vielem mehr.